Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Ich habe es endlich einmal geschafft. Das, was ich haben wollte, ist gelungen. Und es wird mir noch mehr gelingen, das Ganze zu tun, was ich gerne möchte. Und ja, euch auf jeden Fall bleibt mir zu wünschen übrig, einen schönen, schönen, erholsamen Samstag. Es sollte heute und morgen kühler werden und bald haben wir es auch geschafft. Die Augustwoche neigt sich schon fast dem Ende zu. Also nächsten Dienstag, nicht der, der jetzt kommt, sondern der andere Dienstag ist der 1. September. Und da freue ich mich schon, weil da spürt man schon, dass der Herbst nämlich schon Einzug nimmt. Also keine heißen Sommertage, auf gut Deutsch gesagt. Aber bis Herbstbeginn muss man dann noch weitere drei Wochen warten. Euch noch einen schönen Samstag. Macht es gut. Tschüss.